Musik Ihr macht mehr Angst, Maestra, sagte er leise, als sie das Nordtor der Zitadelle erreichten. Ich mache mir selbst Angst, antwortete sie und erwiderte abwesend den Salud der Torwachen. Bis vor kurzem dachte auch ich, die Bedrohung durch diese Brut sei gebannt. Als Wiesel die gebrochene Klinge betrat, blieb er erst einmal erstaunt im Türrahmen stehen und fragte sich, ob er nicht vielleicht doch am falschen Ort war. Es war nichts Ungewöhnliches, auch zu später Stunde den Schankraum der Klinge gut besucht vorzufinden, aber heute Nacht schien es ihm, als wäre der halbe Hafen hier. Vor allem aber wurde lautstark und energisch miteinander diskutiert. Wer hier heute Nacht auf ein ruhiges Würfel oder Kartenspiel hoffte, konnte nur enttäuscht werden. Der große Raum war heller erleuchtet, als es üblich war. Der Rauch von Kerzen und Öllampen zog in dichten Schwaden umher und vermischte sich mit dem Qualm aus Dutzenden von Pfeifen. Jeder Zweite schien heute zu rauchen. Vor allem kam es ihm so vor, als ob alle hier zusammengezuckt wären, als er die Tür aufstieß. Die meisten schienen nicht besonders glücklich, eher ängstlich, vielleicht sogar der Panik nahe. Jedenfalls gab es genug, die ihr Heil in einem Bierkrug suchten oder einer Schnapsflasche aus gebranntem grauen Ton. Immer wieder vernahm er Worte wie Ungeheuer, Bestien, Echsen. Es hörte sich beinahe so an, als ob hier jeder Angst hätte, die Meeresungeheuer würden aus dem Hafen steigen und über die Stadt herfallen. Einige der Leute waren hartgesottene Kerle, die ihrer eigenen Mutter ohne zu zögern die Augen ausstechen würden, und gerade sie, so schien es Wiesel, hielten sich am ängstlichsten an ihren Hunden fest. Wiesel reichte die Begegnung mit dem Seelenreiter. Für Ungeheuer hatte er jetzt keine Zeit. »Was ist denn hier los?« rief er über den Lärm hinweg, als er sich endlich seinen Weg zu der massiven Theke gekämpft hatte, hinter der Istwan regierte. Eines der Schankmädchen drängte sich mit einem Tablett in der Hand an Wiesel vorbei und warf ihm einen unheilverkündeten Blick zu, als er sich einen der Bierkrüge vom Tablett stahl. »Man könnte meinen, Soltas Tore hätten sich geöffnet«, rief der Wirt zurück, während er geschickt Humpen um Humpen mit dem Gerstensaft füllte. »Plötzlich ist jeder abergläubisch geworden und zieht Unheil in jedem Schatten. »Torwies«, einer der Kellner eilte herbei, und Istwan zog ihn am Arm heran und drückte ihm ein Tablett mit Bierkrügen in die Hand. »Mach du hier weiter!«, rief er seinem Bediensteten zu und griff sich eine Laterne. »Ich habe was zu tun!« Er gab Wiesel ein Zeichen, und der kämpfte sich an der Theke vorbei, bis er die Tür zu einem Nebenraum erreichte, die Istwan für ihn aufhielt. Als die schwere Tür hinter ihnen ins Schloss fiel, atmete Istwan erleichtert auf. Es war ein kleiner Lagerraum, in dem er Bierfässer und andere Dinge aufbewahrte, die er häufig im Schankraum brauchte. Zwei der Fässer boten sich jetzt als Sitzgelegenheit an, während Istwan die Laterne an einem Haken an der Wand aufhängte. »Du siehst aus, als hättest du deinen Spaß mit einer Sandkatze gehabt«, stellte er fest. Wiesel schaute auf und grinste, während er den Kopf schüttelte. »Er hatte sie ihren Spaß mit mir«, entgegnete er. Dann sah er Istwans Gesicht und schluckte. »Istwan, was ist los? Ist Sina etwas zugestoßen?« »Nein«, sagte der Wirt. »Aber Regatta ist verschwunden.« »Vielleicht hilft sie ihrem Verlobten, seine Schwester zu suchen«, sagte Wiesel. »Istwan sah ihn an.« »Du hast es noch nicht gehört?« »Nein, was denn?« »Desina hat Karjan und seine Schwester gefunden. Im Wasser unter dem alten Palast, neben dem schiefen Mast.« »Sie sind tot?« »Ja, sie wurden geopfert.« »Ein Blutopfer an den Namenlosen.« »Hier mitten im Hafen«, sagte Istwan gepresst. »Götter«, hauchte Wiesel. »Das kann man kaum glauben.« »Aber so ist es.« »Als Regatta davon gehört hat, ist sie weggerannt und bis jetzt noch nicht wieder aufgetaucht.« Der Wirt züttelte den Kopf. »Der Sina versucht, einen Nekromanten aufzufinden. Und jetzt muss ich mir auch noch Sorgen um Regatta machen.« »Es ist schwerer, sich um Sina Sorgen zu machen«, meinte Wiesel. »Aber das mit Regatta verstehe ich nicht. Viele kennen sie doch. Jemand muss sie doch gesehen haben.« »Nein. Nichts. Ich habe heute Abend sogar den Schrein am Hafen besucht. Aber dort habe ich sie auch nicht gefunden.« Wiesel nickte. Schon vor Jahrhunderten hatte man den Priestern des Todes ein kleines Lagerhaus nahe der Marinegarnison zur Verfügung gestellt, in dem sie die Toten salbten, die im Laufe eines Tages von den Seeschlangen aus den kalten Wassern des Hafens geborgen wurden. »Wiesel, was ist mit dir passiert?« fragte der Wirt. »Nichts weiter«, meinte er übertrieben fröhlich. »Ich hatte nur eine kleine Unterhaltung mit einem Nekromanten. Und er weigerte sich etwas zu lange, tot umzufallen.« Wiesel zerrte mit spitzen Fingern an seinem Wams. »Ich bin noch immer ungehalten. Das war ein neues Wams.« Istwan sah ihn forschend an, studierte den Blick in den Augen des drahtigen Diebs und nickte dann langsam. Wiesel sagte die Wahrheit. »Woher weißt du, dass er ein Nekromant war?« fragte der Wirt. »Der Kern hatte die Kraft von zehn Männern, eine Haut so hart wie Holz. Und er ging zum Schluss in Flammen auf. Ich denke mir, das ist Hinweis genug. »Ach ja, wir stellten sich die Haare auf.« Wiesel schaute in seinen leeren Bierkrug und seufzte. »Ich gebe es ungern zu. Aber ich habe mir vor Angst fast in die Hosen gemacht. Und das war, bevor es richtig losging.« Er stellte den Humpen auf dem Fass neben sich ab. »Hast der Kerl, der den Diener ermordet hat?« fragte Istwan. »Ich glaube, das wird mich noch jeder fragen.« »Nein. Wenigstens sagt Taride, dass er es nicht war.« »Was hat Taride damit zu tun?« fragte Istwan überrascht. »Sie war dabei?« entgegnete Wiesel und warf dem Wirt einen Blick zu, der deutlich machte, dass er nicht mehr über Taride sagen würde. »Es gibt noch mindestens einen weiteren Nekromanten in der Stadt, Istwan. Der wird der Mörder des Dieners sein. Gegen den war der Kerl, den ich umgelegt habe, harmlos. Der war nur der Kapitän des schwarzen Schiffs, über das sich hier jeder gewundert hat. Aber keiner genug, um sich mal richtig um den Kahn zu kümmern. Ich weiß mittlerweile, dass sehr Jenks Interesse an dem Schiff und dem Kapitän hatte. Aber warum, das konnte Taride mir auch nicht sagen. Irgendwie hat es etwas hiermit zu tun.« Wiesel holte den Wolfskopf heraus und hielt ihn hoch, sodass Istwan ihn ansehen konnte. »Der zweite Wolfskopf«, rief Istwan überrascht. Er musterte ihn mit gefurchter Stirn. »Woher hast du den?« »Aus der aldanischen Botschaft.« Ich war in der Gegend und dachte, ich könnte mal schauen, ob ich etwas finde. Dieser andere Nekromant hatte wohl dieselbe Idee. Ich war dabei, als er einen Gardisten der Botschaft befragte, ob er den Stein gefunden hätte. Hatte er nicht, sonst hätte der Seelenreiter ihn nun in der Hand. Der Kerl ist ein Gardist und kein Dieb. Er wusste nicht, wo er suchen sollte. Ich schon. Aber es war hauptsächlich Glück. Ich hörte, dass der Wolfskopf sich in der Botschaft befinden müsste, aber wo ich suchen sollte, wusste ich nicht. Ohne den Gardisten hätte ich ihn wohl auch nicht gefunden. Doch hier ist er, der zweite Wolfskopf. Wiesel sah den großen Wirt an. »Wenn du die Sina vor mir siehst, richte ihr aus, dass der Botschafter in die ganze Geschichte verwickelt sein muss. Er hatte den Wolfskopf in der Schublade seines Nachttisches.« Er holte tief Luft. »Als ich gestern sah, was der Seelenreiter mit dem Diener anstellte, wurde auch mir Angst und Bange. Ich war nur froh, dass es nicht mich getroffen hatte. Seitdem habe ich es mehr mit der Angst zu tun bekommen, als in meinem ganzen Leben zuvor. Er hielt Istwan den Lederbeutel hin. »Ich muss noch mal los. Kannst du den für mich aufbewahren? Gib ihn Sina, wenn du sie siehst.« »In Ordnung«, sagte der Wirt und steckte den Beutel ein. »Willst du nicht besser jemandem Bescheid sagen?« »Nein«, meinte Wiesel. »Wenn ich es überhaupt jemandem erzähle, dann Sina. Aber vorher schaue ich mir dieses Schiff noch einmal an, denn der Kahn wirft Fragen auf. Er hat eine geringe Ladung aus Eisen und Kupfererz und etwas Silber gelöscht. Dann hat er Reis und so viel Ballaststeine aufgenommen, dass selbst eine Landratte wie ich bezweifelt, dass man ihn noch segeln kann. »Warum sollte jemand das tun?« »Nein, da steckt mehr dahinter. Und ich will wissen, was.« »Sina zu informieren ist die beste Idee, die du bis jetzt hattest«, meinte Istwan. »Ich vergesse immer wieder, wer sie ist. Und das mit dem Schiff, das solltest du lassen.« »Sina wird sich darum kümmern.« »Ich weiß, aber bis da etwas geschieht, vergeht mir zu viel Zeit.« Wiesel stand auf. »Ich ziehe mich jetzt um und schaue mir das Schiff an. Danach gehe ich zu Sina. Versprochen.« Istwan erhob sich behäbig und nahm die Laterne vom Haken. Er legte dem kleinen Mann eine schwere Hand auf die Schulter. »Sei vorsichtig, Wiesel. Wie soll ich es Sina erklären, wenn dir etwas geschieht?« »Du selbst machst dir keine Sorgen um mich?«, fragte Wiesel. »Um dich? Du bist das Wiesel.«, Istwan lachte. »Mir Sorgen um dich machen geht gegen meine Prinzipien.« Aber in seinem Blick stand etwas anderes zu lesen. »So ist das mit Istwann.« »Man darf ihn eben nicht ernst nehmen,« dachte Wiesel, als er sich wenig später durch das Fenster seines Raums im ersten Stock der Herberge davonstahl. Er nickte einem der Knechte Istwanns, der am Tor der Herberge Wache hielt, freundlich zu und machte sich auf den Weg. Genauso wenig wie Istwann es zugeben würde, fiel es auch ihm schwer, sich einzugestehen, wie wichtig ihm der Wirt war. Für Sina und Wiesel war also etwas wie ein Vater. Wiesel war vielleicht vier Jahre alt gewesen, als er sah, wie des Nachts ein gut gekleideter Mann ein verschnürtes Bündel in das Hafenbecken warf, das er brust aufschrie, als es ins kalte Wasser fiel. Damals konnte Wiesel noch nicht schwimmen, und er wäre beinahe selbst ersoffen, bevor er das Bündel herausfischen konnte, und das noch zu der Zeit, als dieses Meeresungeheuer sich im Hafen geahlt hatte. Das Bündel war ein Kind, ein Mädchen, vielleicht ein Jahr jünger als Wiesel selbst, mit roten Haaren und grünen Katzenaugen. Sie trug ein Nachtgewand aus Seide und ein goldenes Armband, reich verziert und mit Diamantensplittern besetzt. Er ärgerte sich noch heute darüber, dass er es für ein paar Silberstücke versetzen musste. Vielleicht hätte das Armband später geholfen, herauszufinden, wer Sina war. Andererseits hatte es ihnen beiden geholfen, zu überleben. Sina war um ein Vielfaches neugieriger und schlauer als er. Es dauerte eine Weile, bis er es einsah, aber ab dann war ihre Partnerschaft ein voller Erfolg. Bis Wiesel versuchte einem gewissen Wirt, den Beutel vom Gürtel zu schneiden, und dieser viel zu schnell für einen Mann seiner Größe reagierte und auch nicht losließ, als Sina auf ihn zugestürmt kam und ihm empört gegen die Schienbeine trat. Das war sieben Jahre später gewesen, und schon damals waren Wiesel und die Sandkatze, wie andere Diebe Sina respektvoll nannten, mehr als erfolgreich gewesen. Immerhin, dachte Wiesel, als er leichtfüßig zu der Mole eilte, wo das schwarze Schiff verteut war, waren die folgenden zwei Jahre die besten seines Lebens gewesen. Aber dann musste Sina natürlich schnurstracks in den Eulenturm hineinspazieren. Nicht, dass es ihn überraschte, dass die Tür des Turms für sie offen stand. Irgendetwas an Sina war schon immer besonders gewesen. Warum sonst sollte jemand ein Kind im Hafen ersäufen wollen? Alles zusammengenommen, dachte er, als er sich in den Schatten einiger passend aufgestellter Kisten drückte, schuldete er es, Istvan und Sina das hier zu Ende zu bringen. Vor allem Sina, die nicht besonders erfreut darüber schien, dass er nichts Besseres mit seinem Leben anfing. Früher hatte sie zu ihm aufgesehen, jetzt wirkte sie immer besorgt, wenn sie ihm begegnete. Wenn er ehrlich war, dann war sie der Grund, weshalb er sich dieses Schiff jetzt vornahm. Vielleicht würde sie ihn dann auch mal wieder mit Respekt betrachten. Vielleicht, dachte Wiesel bittergrinsend, habe ich dann auch mal wieder selbst Respekt vor mir. Außerdem schuldete er ihr etwas dafür, dass sie ihn damals rausgehauen hatte. Auch wenn es ihn wurmte, dass er ihr hatte versprechen müssen, nie wieder in die Zitadelle einzubrechen. So eine große Herausforderung war das schwarze Schiff gar nicht, dachte Wiesel. Nach wie vor befanden sich drei Wachen auf dem Deck, auf dem Vor- und Achterkastell und auf dem Hauptdeck jeweils eine. Während die Deckwachen auf den meisten Schiffen hier im Hafen dazu neigten, irgendwo träge vor sich hin zu dösen, war es bei diesen anders. Wie Wiesel schnell herausfand, standen sie nicht still, sondern gingen auf und ab und wechselten auch untereinander ihre Positionen. Die Planke, die das Schiff am Tag mit der Mole verbunden hatte, war eingezogen. Nur zwei dicke Taue spannten sich zwischen dem Schiff und den eisernen Pollern der Mole. Dicke Bündel aus altem, in Pech getränktem Tau hingen von der Mole halb ins Wasser. Immer wieder trieb es das schwarze Schiff dagegen. Das Schiff war so schwer, dass es die Bündel fest zusammendrückte und das Wasser, das die alten Taue aufgesaugt hatten, in einem kleinen Sprühregen herausgepresst wurde. Inzwischen Schiffswand und Mole zu fallen, konnte kein gutes Ende nehmen. Also musste der erste Sprung gelingen. Als sich das Schiff das nächste Mal knarzend gegen die Mole stemmte, verschwendete Wiesel keine Zeit. Er rannte los, sprang hoch, Stiefel und Hände fanden Halt an dem dicken Tau am Bug. Im nächsten Moment hing er unter dem Bugspriet und lauschte den Schritten des Wächters über ihm. Unter ihm gluckerte das Wasser. Es war so dunkel, dass er es kaum sehen konnte. Nur ab und an glitzerte das Mondlicht auf der Oberfläche. Wiesel brauchte nicht hinabzusehen, um zu wissen, wie viel Unrat dort trieb. Holzteile von Schiffen oder kaputte Kisten, Seile, vielleicht auch leere Fässer oder die eine oder andere Leiche. Die Schritte entfernten sich und im nächsten Moment war er über die Reling gehechtet und kauerte im Schatten hinter zwei festverzurrten Fässern. Er wartete auf eine günstige Gelegenheit und schlich sich zum nächsten Abgang. Die Luke quietschte etwas, als er durch den Spalt glitt, doch das wurde von den Geräuschen des Schiffs übertönt, als es sich an den Taurollen rieb. Hier unten war es dunkel wie in Soltars Reich, doch Wiesel war nicht unvorbereitet. Aus einer Tasche an seinem Gürtel zog er einen Beutel heraus, der einen grünlich schimmernden Stein enthielt. Der reichte voll auf, um etwas zu sehen. Was es zu sehen gab, war ein langer Gang. Wiesel grübelte nicht lange darüber nach, dazu kannte er sich auf Schiffen zu wenig aus. Der Gang musste irgendwo hinführen, und wenn er erst dort war, konnte er sich immer noch den nächsten Schritt überlegen. Mit schnellen, aber leisen Schritten eilte er weiter. Sein Ziel war die Kajüte des Kapitäns, und die befand sich üblicherweise am Heck, also die ganze Länge des Schiffs entfernt. Die Fenster der Kapitänskajüte waren groß genug, dass er hindurch passte. Vorhin hatte er sogar gesehen, dass eines leicht geöffnet war und immer wieder anschlug, wenn das Schiff in den Wellen schwankte. Aber Wiesel hatte solch offensichtlichen Einladungen schon immer misstraut. Hätte das Schiff eine Mannschaft besessen, die zur Größe des Kahns passte, wäre es sogar für ihn schwierig geworden. So aber behinderte ihn nichts. Tatsächlich passierte er einen niedrigen Raum, der wohl eine Mannschaftsunterkunft war. Doch die Haken, an denen die Hängematten hätten befestigt sein sollen, waren leer, und einer Mannschaft keine Spur. Dafür lag ein seltsam scharfer und fast schon beißender Geruch in der Luft, den Wiesel nicht einordnen konnte. So etwas hatte er ganz sicher noch nie gerochen. Das erste Anzeichen dafür, dass das Schiff nicht völlig verlassen war, hörte er erst, als er schon das Heck erreicht hatte. Es war ein dumpfes Poltern, gefolgt von einem rauen Fluch und Gelächter von mindestens zwei weiteren männlichen Stimmen. Es kam aus einem Raum, der hier links vom Gang abging. Die Tür war geschlossen, aber was Wiesel aufmerken ließ, war die Kette, mit der die Tür verschlossen worden war. Jetzt baumelte sie lose von einem Haken herab. Ein Fass stand dort, auf dem Boden daneben lag ein Becher, der hin und her rollte, zusätzlich eine dickbäuchige Flasche und eines dieser schweren Messer, die Seeleute so gern bei sich trugen. Für Wiesel sah das so aus, als hätte man in dem Raum jemanden eingesperrt und bis vor kurzem bewacht. Die Vermutung stimmte wohl, denn … Du kleines Biest! Ach, dir werde ich beubringen, mich so zu treten, du falsche Schlange! rief eine wütende Stimme. Es hätte bedrohlicher geklungen, hätte der Mann nicht zugleich auch schmerzhaft gestöhnt. Lass es sein, Kieser, es geht bald los und Hiras hat gesagt, wir sollen die Finger von ihr lassen, sagte eine andere Stimme. Wie bei der Unterhaltung der beiden Nekromanten zuvor verstand Wiesel die Sprache gut genug. Es klang wie eine Abart von Imperial, der Handelssprache des Alten Reichs. Allerdings konnten einem beim Zuhören die Ohren bluten, so wie sie hier misshandelt wurde. Hiras ist nicht da und dem Drecksstück zeige ich's noch, hörte Wiesel und danach ein paar dumpfe Schläge, als ob jemand in einen Sack hauen würde, einen Sack, der nach jedem Schlag pfeifend die Luft einsog. Schluss jetzt, sagte der andere. Sie wird ohnehin bald mit dem Schiff absaufen und jetzt hör auf und komm mit, bevor ich richtig wütend werde. Als die Tür sich öffnete, war Wiesel nicht mehr zu sehen. Er hing zehn Schritte entfernt hinter einem Balken, der die niedrige Decke stützte. Das Licht einer Laterne fiel in den Gang unter ihm und warf lange Schatten. Wiesel hörte das Klirren einer Kette und dann schwere Schritte, die sich entfernten. Entermesser, Becher und Weinflasche hatten die Kerle mitgenommen. Die Kette nicht. Die war wieder zwischen Türrahmen und Tür geschlungen und verhakt. Einen Moment später war die Tür auf und Wiesel schlich vorsichtig hindurch. Es war kein großer Raum, eher eine mit Säcken, Kisten und Fässern vollgestellte Kammer und in der Mitte hing von einem Haken in der niedrigen Decke eine junge Frau mit langen schwarzen Haaren, die eine ehemals kostbare, bestickte Robe aus Seite trug. Jetzt war sie zerfetzt und mit Blut getränkt. Wiesel gelang es gerade noch, den zusammengebundenen Füßen auszuweichen, als die Frau sich in der Luft wandte und nach ihm trat und das, obwohl sie wie ein Paket verschnürt war. Mandelförmige Augen blitzten ihn im schwachen Licht seines Leuchtsteins an und wenn sie nicht brutal mit einem Lederband und einer Kette geknebelt gewesen wäre, hätte sie wohl auch noch ein paar wenig freundliche Worte für ihn übrig gehabt. Für einen Moment stand Wiesel nur sprachlos da und schaute die Frau ungläubig an. Dann schüttelte er überrascht den Kopf. Denn es war niemand anderes als jene Frau, die ihm damals auf der Mauer seinen Glücksbringer geschenkt hatte, mit einem Wurf mitten in die Schulter. Den Göttern zum Groß, sagte er höflich, als er einen seiner Ersatzdolche aus dem Ärmel schüttelte. Sie funkelte ihn nur an. Ich bin auch erfreut, euch zu sehen, fuhr Wiesel fort, als er sich ihr vorsichtig näherte. Was haltet ihr davon, wenn ich euch befreie? fragte er. Doch die Art, wie sie trotzig das Kinn hob, zeigte ihm, dass sie ihn nicht verstand oder ihm nicht traute. Diesem mörderischen Blick folgte der nächste Tritt, dem Wiesel diesmal leichter ausweichen konnte. Schließlich wusste er, dass er kommen würde. Wiesel zögerte nicht mehr. Er trat breit grinsend an sie heran und hielt sie dabei mit einer Hand fest. Die Klinge seines Dolchs war rasiermesserscharf und wenn sie zappelte, konnte er sie leicht verletzen. Er schnitt mit drei raschen Schnitten die Knoten durch und sprang dann zurück, während sich das Seil langsam um sie löste und sie sich darin zu winden begann wie ein nasser Aal. Einen Moment später fiel sie wie eine Katze auf alle Viere. Danach drückte sie sich brutal die Kette über ihren Kopf. Sie war so straff gespannt, dass es ihr einen Mundwinkel aufriss, aber das war ihr offenbar gleichgültig. Schließlich stieß sie etwas in ihrer Sprache aus. Es klang faszinierend, aber wohl kaum freundlich gemeint, denn im nächsten Moment fegte ihm ihre Ferse beinahe den Kopf von den Schultern. Wiesel trat hastig einen weiteren Schritt zurück, ließ den Dolch verschwinden, hob die Hände mit den Handflächen zu ihr und bemühte sich um sein offenstes Lächeln. Ich nichts tun, ich dir helfen. Wir gehen zusammen vom Schiff. Sie hielt inne und legte den Kopf auf die Seite. Ich verstehe deine Sprache besser, wenn du sie nicht verhunzt, antwortete sie und spuckte Blut. Du gehörst nicht zu denen, oder? Äh, meinte Wiesel und versuchte schnell genug umzudenken. Nein, ich bin hier, weil ich wissen will, was sie vorhaben. Der Kapitän des Schiffs war ein Nekromant, ein Seelenreiter, also kann es nichts Gutes sein. Still! zischte sie und glitt zur Seite. Als der Mann von der Besatzung die Tür aufstieß und mit einem breiten Grinsen hereinkam, sah er nur Wiesel, der ihn freundlich anlächelte. Sagt guter Mann, fährt dieses Schiff nach Bessereien? Der Mann verlor sein gehässiges Grinsen und glotzte unverständlich. Dann war es auch schon zu spät für ihn. Ganz genau vermochte Wiesel es nicht zu verfolgen, dazu ging es zu schnell. Für ihn sah es aus, als ob die Frau schnell wie einen Natter zuschlug. Erst weithändig einen Schlag mit den flachen Händen von hinten auf die Ohren des Mannes führte, der ihm die Augen hinaus zu treiben schien, dann stand sie auch schon vor dem Kerl und stieß ihm zwei schlanke Finger bis zum letzten Knöchel in eben diese Augen. Sie zog die Finger wieder heraus, wischte sie an seinen Händen ab und nahm ihm das Entermesser aus der einen leblosen Hand und die Laterne aus der anderen. Der Mann polterte wie ein Sack vor ihr auf die Planken und dann stellte sie die Laterne ab und schaute schnell durch die Tür. Es war wohl niemand zu sehen, denn sie gab Wiesel ein Zeichen, ihr zu folgen. Doch dann griff sie sich überraschend an den Bauch und schloss schwer atmend die Augen, während sie langsam an der Wand hinabrutschte. Wiesel fing sie auf, der Grund für ihre Schwäche war jetzt im Schein der Laterne leicht zu erkennen. Die zerrissene Seidenrobe klaffte an genügend Stellen auseinander, um ihm zu zeigen, wie brutal die Seile sie gebunden hatten. Schwere Abschürfungen und Blutergüsse entlang der tiefen Abdrücke des Seils machten das deutlich. Dazwischen waren überall wässrige Wunden wie von tausend kleinen Schnitten zu sehen. Unter ihrer Hand tropfte Blut aus einem tiefen Stich und etwas, das ihm wie Eiter vorkam. Die dunkle Pfütze, in der die Seile lagen, die sie gehalten hatten, verriet, wie viel Blut sie bereits verloren haben musste. Ihre Augenlider flatterten. Einen Moment lang schaute er in ihre dunklen Augen, erkannte den fragenden Blick darin, dann sah er nur noch das Weiß ihrer Augäpfel, als sie in seinen Armen erschlaffte. Im nächsten Moment wäre Wiesel beinahe gefallen, denn das Schiff legte sich etwas zur Seite und schien unter seinen Füßen aufzusteigen. Dann erst fiel ihm auf, dass sich die Geräusche des Schiffs verändert hatten. Das regelmäßige Knarren, als es sich an der Mole rieb, war nicht mehr zu hören. Stattdessen stöhnte das Holz. In der Nacht wurden keine Schiffe aus dem Hafen geschleppt, so viel wusste auch Wiesel. Zudem konnte die kleine Mannschaft kaum das Schiff in der kurzen Zeit sehr klar gemacht haben. Dennoch lag es unbestreitbar nicht mehr fest. Auch wenn er keine Möglichkeit hatte, sicher zu sein, sein Magen sagte ihm, dass es, unmöglich oder nicht, gerade langsam Fahrt aufnahm. Er sah auf die blutige Schönheit in seinen Armen herab und grinste freudlos. Ich glaube, Prinzessin, es ist Zeit, von hier zu verschwinden. Was auch immer das Geheimnis dieses Schiffs war, Wiesel dachte nicht daran, noch länger an Bord zu verweilen. Was hatte der eine vorhin gesagt? Dass sie hier in dieser Kammer ertrinken würde? Die Frau war nicht schwer. Dennoch hatte er es nicht einfach, im Dunkeln den Weg zurückzufinden. Doch er erreichte die Luke, durch die er gekommen war, ohne Schwierigkeiten. Vorsichtig legte er seine kostbare Last ab und schlich die steile Stiege hoch. Aber diesmal öffnete sich die Luke nicht. Das Klirren von Kettengliedern verriet ihm den Grund. Jemand hatte die Tür von außen gesichert. Wiesel fluchte leise und zögerte einen Moment. Dann musterte er die Messingscharniere der Luke, die mit breiten, stabilen Schrauben im Aufgang festgemacht waren. Auf beiden Seiten war der Scharnierstift plattgeschlagen. Also war es nicht ganz so einfach. Zudem beschlich ihn das Gefühl, dass ihm die Zeit davon rannte. Also trat er mit aller Kraft gegen die Luke. Im Moment war es ihm einerlei, ob es jemand hörte oder nicht. Nach drei Tritten brach das Holz. Weitere Tritte erlaubten ihm, einen Arm hindurch zu stecken und dann den Kopf. Und wo Kopf und Arm hindurch passten, passte auch ein Wiesel. Einen Atemzug später stand er auf dem Deck und löste die Kette, die mit einem schweren Schäkel gesichert war. Im Mondlicht konnte er das Achterkastell sehen. Dort ging gerade die Mannschaft über Bord. Nur ein Mann stand noch am Ruder. Hastig duckte sich Wiesel wieder in den Aufgang, eilte die Stiege hinunter und warf sich die bewusstlose Frau über die Schulter. Sein Magen hatte ihn nicht getäuscht. Das riesige Schiff glitt tatsächlich über die dunklen Wasser des Hafens und das ohne auch nur einen fetzen Segel gesetzt zu haben. In der kurzen Zeit, seitdem er die erste Bewegung gespürt hatte, war es überraschend weit gekommen. Es war auch nicht unentdeckt geblieben, rechterhand glitt langsam das Gebäude der Hafenwacht an ihm vorbei und dort waren einige Seeschlangen fieberhaft damit beschäftigt, eines der Jagdboote zu Wasser zu lassen. Ein anderer gab Fackelsignale hoch zu den Hafentürmen. Noch während Wiesel zögernd dastand, schlug ein massiver und doppelt mannslanger Ballistenbolzen knapp neben dem Schiff ins Wasser ein. Die Mannschaften oben auf den Hafentürmen hatten wohl etwas dagegen, dass es ihnen entkam. Doch das schwarze Schiff hielt nicht auf die Hafeneinfahrt zu, sondern auf den schmaleren Kanal, der zum Werfthafen führte. Keine Zeit zum Verweilen mehr, dachte Wiesel. Mit einem schnellen Gebet fasste er die bewusstlose Frau fester und sprang über Bord. Unter Wasser war es heller als erwartet. Das Mondlicht ließ die Luftblasen silbern glänzen, als er und die Frau im Wasser einschlugen und unter die Oberfläche gerieten. In diesem Moment wusste Wiesel drei Dinge. Das Wasser war zu kalt für ihn, er hasste es, nass zu werden, und es gab diese Ungeheuer, von denen alle redeten wirklich. Denn dort schwammen sie. Dutzende, nein, hunderte von ihnen, an den Rumpf des Schiffes gepresst, endlos viele, Reihe um Reihe von Echsen, unwirklich und geisterhaft im Mondschein beschienenen Wasser. Jede von ihnen war um die Hälfte größer als ein Mensch, grün geschubte Ungeheuer mit einem langen, kräftigen Schwanz, massiven Krallen bewährten Hinterbeinen, einem furchteinflößenden Gebiss und goldenen, senkrecht geschlitzten Augen. Er und die Frau waren direkt vor dreien dieser Ungeheuer im Wasser gelandet. Wiesel konnte einem dieser Biester direkt in die Augen sehen und wusste nicht, wer erstaunter glotzte, er selbst oder dieses fremdartige Wesen. Einen Moment lang dachte er, die Bestie würde sich auf ihn stürzen, doch das geschah nicht. Das Biest hielt sich nur weiter mit den vorderen Klauen an dem rostigen Bolzen fest, der dort in die Außenwand des Schiffs getrieben war, und strampelte, wobei es zusammen mit den anderen Ungeheuern das mächtige Schiff weiter durchs Wasser schob, während anders überlegten. Als er die Wasseroberfläche durchbrach, es schien ihm das schwarze Schiff selbst wie ein riesiges Meeresungeheuer, wie es lautlos und gespenstisch davonglitt. Im nächsten Moment packten ihn harte Krallen. Er schrie gurgelnd auf und versuchte, sich loszureißen, doch es half nichts. Aber es waren keine Krallen, sondern menschliche Hände. Sie zogen ihn auch nicht wie befürchtet unter Wasser, sondern über die niedrige Bordwand eines Jagdboots. Eins war sicher, dachte Wiesel. Noch nie war er so erfreut gewesen, die Seeschlangen zu sehen. Jemand hielt eine Laterne in sein Gesicht. Das ist Wiesel, rief der Marine-Infanterist ungläubig. Jetzt stiehlt der Kerl schon ganze Schiffe, hörte er einen anderen Rufen. Vielleicht war die Freude doch etwas voreilig, dachte Wiesel, und versuchte noch hastig etwas zu sagen, aber dann traf ihn auch schon ein Lederknüppel hart am Hinterkopf und er dachte gar nichts mehr. Fäfrig gähnte und lehnte sich gegen die Wand. Er war schon viel zu lange auf den Beinen und es wurde Zeit, dass er abgelöst wurde. Aber es störte ihn nicht sonderlich. Er war ohnehin davon ausgegangen, dass der Dienst in den nächsten Tagen etwas wurde. Er sah wieder zu seinem Gesprächspartner, der von einem Haken an der Decke der Zelle herabhing. Da Fäfrig nichts anderes tun musste, als gegen die schwere Tür zu klopfen, damit sie sich für ihn öffnete, störte es ihn nicht, dass er selbst mit eingesperrt war. »Weißt du, Wiesel«, sagte Fäfrig im Plauderton, »eigentlich habe ich dich immer bewundert. Aber wir haben dich nie erwischen können. Früher oder später erwischen wir sonst jeden. Aber bei dir dachte ich, wir würden dich nie kriegen, weil du die Ausnahme bist. Ein schlauer Dieb. Wiesel sagte nichts dazu. Immerhin hast du offenbar niemals jemandem etwas getan. Keine Morde, keine blutigen Betten, und du hast den Leuten nie das gestohlen, was ihnen wehtat. Du hast die kleinen Leute in Ruhe gelassen und die Pfeffersäcke geschröpft. Das war klug. Meinte Wiesel. Aber das hier, keine Ahnung, was du mit dem Schiff zu tun hast, aber das Xian Mädchen, dafür wirst du auf dem Block landen. Wie kann man so ein süßes Ding nur so schinden? Fäfere stand auf, nahm seinen Knüppel und stieß ihn Wiesel in den Bauch. Habe ich etwa mit dir geredet? Wiesel pendelte noch etwas nach. Sie ist im Tempel, habe ich gehört. Und mit der Götter Glück und Hilfe wird sie überleben. Selbst wenn sie überlebt. Du brauchst gar nicht erst zu hoffen. Diesmal bekommen wir dich auf jeden Fall dran. Wiesel hatte aufgehört zu pendeln, also schlug Pfeffre noch einmal zu. Weißt du, weshalb ich so wütend auf dich bin? Weil ich Respekt vor dir hatte, hörst du? Respekt? Du hast immer nur Gold gestohlen, wenigstens dachte ich das. Da gab es ganz andere, die wir viel lieber auf den Block geworfen haben. Aber jetzt stellt sich heraus, dass du eines von den ganz miesen Schweinen bist. Wie lange machst du finden? Macht dir das Spaß, ja? Meinte Wiesel, als Fäbvre wieder zuschlug. Es gibt da eine Frau, die ich sehr mag. Und wenn ich daran denke, dass Kerle wie du ihr auflauern könnten, dass so ein Schwein das mit ihr tot, meinte Wiesel, als er sich an der Kette drehte. Ich hoffe, es macht dir auch Spaß, sagte Fäbvre. Mir schon. Wann bekommt man schon die Gelegenheit, so ein mieses Drecksstück zu erwischen? Und weißt du was? Ich habe gehört, dass die Maestra vom Turm sich um dich kümmern wird. Das wirst du ganz bestimmt genießen. Angeblich hat sie eine ganz besondere Vorliebe für solche Dreckskerle wie dich. Sie hat sich im Moment um Wichtigeres zu kümmern als um dich, Wiesel. Du läufst ihr nicht weg. Garantiert nicht, meinte Fäfre fröhlich. Sie kommt erst morgen. Fäfre musterte Wiesel. Keiner wusste so richtig, inwieweit die Legenden über ihn stimmten. Angeblich konnte er in die am besten gesicherten Schatzräume einsteigen. Und sowohl Schwerts Sergeant Hartung als auch Fäfre hätten es schade gefunden, wenn ihr Gast am nächsten Morgen gegangen wäre. Also stellten sie sicher, dass er in diesen gastlichen Räumen verbleiben würde. Wiesel hing nackt und waagerecht in der Luft, mit schweren Ketten zu einem Bündel verschnürt. Seine Daumen steckten auf seinem Rücken in einem Daumen Joch und er war mit einem Ketten Knebel über Hals und Ferse fixiert. Wenn er zu sehr zuckte, schnürte er sich die Luft ab. Eine Lederkapuze verhinderte, dass er etwas sah. Über die ganze Packung hatten Fèvre und Hartung noch einen großen Ledersack gezogen, diesen auch noch ordentlich verschnürt und dann an den Haken gehängt. Wenn Wiesel es schaffte, von hier zu entkommen, so meinte Sergeant Hartung, dann hatte er es sich verdient. Aber damit genau das nicht geschah, saß Fèvre mit in der Zelle und sorgte dafür, dass Wiesel nicht aus purer Langeweile auf dumme Gedanken kam. Bis hier morgen kommt, haben wir zwei noch viel Zeit, uns näher kennenzulernen. Hör auf zu fluchen, Wiesel. Das gehört sich nicht. Da Wiesel nicht erfreut schien und schon wieder nicht mehr pendelte, half Fèvre nach. Gib es einfach zu, sagte Fèvre. Du magst mich doch auch. Stöhnte Wiesel und pendelte noch etwas weiter. Hey Fèvre, rief Hartung von draußen. Lass den Kerl am Leben und hör auf mit dem Mist. Die Maestra braucht den Dreckskerl wahrscheinlich noch. Ei, rief Fèvre und schubste Wiesel noch mal mit der Hand, ganz sanft. Dann sag ich mal gute Nacht, meinte er mit einem breiten Grinsen und machte es sich auf der Pritsche bequem. Er sah zu dem Bündel hinüber. Möchtest du, dass ich dir ein Nachtlied singe? Mh, dachte ich es mir doch. Schlaf gut, Wiesel. Irgendwie musste Fèvre eingeschlafen sein. Er wachte auf, als er von der Pritsche fiel. Der Grund dazu saß nun selbst auf der Pritsche, trug seine, Fèvres Uniform und grinste ihn an. Wiesels Wange und das linke Auge waren geschwollen, aber das schien seine Laune wenig zu trüben. Aber, meinte Fèvre fassungslos, mehr konnte er auch nicht tun, denn er war gefesselt. Hast du ein Glück, dass ich nicht nachtragend bin, sagte Wiesel. Du kommst hier nicht weg, schwor Fèvre. Selbst wenn, wir kriegen dich. Ich will gar nicht weg. Ich bleibe ganz brav hier, aber ich finde die Pritsche bequemer. Fèvre sah ungläubig von dem Dieb hoch zu dem Haken an der Decke und den Ketten und dem Sack, die darunter auf dem Boden lagen. Nicht alle Ketten lagen dort, eine fesselte ihn selbst. Wiesel beugte sich vor, schob Fèvre den Knebel in den Mund und zog ihn fest. Man sollte meinen, dass Seeschlangen bessere Knoten machen können, meinte er. Er griff den Soldaten, wuchtete ihn mit überraschender Kraft hoch und hängte ihn an den Haken. Zwei Dinge noch, Korporal Fèvre, meinte er dann freundlich. Zum Einen, ich habe der Frau nichts getan. Ich habe sie gerettet. Ich bin also keiner dieser Dreckskerle. Er schubste Fèvre leicht an, sodass er in der Kette pendelte. Das ist auch der Grund, warum ich nicht nachtragend bin. Ich an deiner Stelle hätte mich bei so einem Kerl nicht so zurückgehalten. Wenn mir so einer in die Finger kommt, würde er es nicht überleben. Soweit klar? meinte Fèvre. Aber ich hoffe, du verstehst, dass ich es nicht einfach so durchgehen lassen kann, Korporal, sagte Wiesel. Es ist eine Frage des Prinzips, erklärte er. Er nahm Fèvres Knüppel und schlug dem Korporal damit hart in den Magen, meinte Fèvre dazu. Die Ketten klirrten und er pendelte ein wenig hin und her. Siehst du, sagte Wiesel, das habe ich doch schon die ganze Zeit gesagt. Dann legte sich Wiesel auf die Pritsche und schloss die Augen. Er hoffte nur, dass sich die Sina nicht zu viel Zeit ließ. Es könnte sonst schwierig werden, das alles den Seeschlangen zu erklären. Santa gähnte, streckte sich, öffnete die Augen und blinzelte. Im Vergleich zu gestern oder der Koje an Bord eines Schiffs war das hier der reinste Luxus. Vor allem war das Bett groß genug. Der Adjutant der Prima der Eulen besaß eine eigene kleine möblierte Zimmerflucht im Turm, mit Schlafzimmer, Arbeitsraum und sogar einem Bad mit einer großen Steinwanne, die im Boden eingelassen war. Das Klosett befand sich direkt daneben. Wenn er seine Räume verließ, stand er nach wenigen Schritten in der Küche. Entweder kochte er sich dort selbst einen Kaffee oder er ging zum Frühstück hinüber in die Messe der Zitadelle. Pfeffre hatte recht, es hatte sich alles zum Besten gewendet. Viel besser ging es gar nicht. Der Winkel des Sonnenlichts, das durch die Spalten der Fensterläden fiel, sagte ihm, dass es noch früh am Morgen war. Dennoch, er hatte schon lange nicht mehr so gut geschlafen, trotz des überraschenden Besuchs in der Nacht. Das war eine merkwürdige Sache gewesen. Santa hatte sich gerade Bett fertig gemacht, als der Maestro durch die Tür kam. Wohlgemerkt durch die geschlossene Tür. Es war ohne Zweifel ein Maestro, denn er trug die blaue Robe, die Kapuze war tief ins Gesicht gezogen und das schlanke Schwert der Eulen prangte an seiner Seite. Der Mann war groß und hager, fast so groß wie Santa und mit breiten knochigen Schultern. Es war schwer zu sagen, wer überraschter war, Santa oder sein unerwarteter Besucher. Wie bei Desina konnte Santa auch bei diesem Mann spüren, wie er ihn durch den Stoff seiner Kapuze hindurch ansah. Das, was Santa vom Gesicht des Gastes sehen konnte, waren tiefe Falten, von Entbehrungen und Alter gezeichnet, dazu einen schmalen, fast schon grausam wirkenden Mund, der sich nun zu einem überraschten, verlegenen Lächeln formte. Der Maestro musterte Santa, der mit dem Schwert in der Hand in seinem Unterzeug neben dem Bett stand, verbeugte sich und tat einen Schritt zurück durch die geschlossene Tür. Einen Moment später hatte Santa den Riegel zurückgezogen und die Tür aufgerissen. Nur die dunkle Halle lag vor ihm. Von dem Maestro gab es keine Spur. Santa ging kopfschüttelnd wieder ins Bett. Nun, nach dem Aufstehen, griff er sich seine Hose, zog sie an und wanderte in die Halle, hinüber zu dem Bild der Eule, das dort an der Wand hing. Er musterte es mit gefurchter Braue. Es war der gleiche Mann. Daran gab es keinen Zweifel. Nur, dass der Maestro auf dem Bild nicht diese tiefen Falten besaß und der schmale Mund bei Weitem nicht so grausam wirkte. Aber das war sein nächtlicher Besucher. Guten Morgen, Santa, tönte es fröhlich von der Treppe her. Dort stand der Sina auf der untersten Stufe und lächelte ihn an. Sie war barfuß und trug wieder das einfache Kleid, das sie gestern Morgen getragen hatte, als er sie in der silbernen Schlange beim Frühstück vorfand. Ihr langes rotes Haar, das ihr bis zur Hüfte ging, war wirr und verwuschelt und sie wirkte noch etwas verschlafen. Sie rieb einen Fuß an dem anderen und lächelte verlegen, als sie seinen Blick bemerkte. Seht mich nicht so an, Santa. Ich sagte es schon, ich bin kein Nachtisch. Santa lächelte zurück. Ich weiß. Er wies mit dem Daumen auf das Bild hinter sich, sagt, wer ist dieser Kerl? Der Kerl war der letzte Primus der Eulen. Einer der besten Maestros, die es jemals gab. Viele meinen, er sei kaum weniger machtvoll gewesen als der ewige Herrscher selbst. Sein Name war Balthasar. Santa musterte das Bild erneut. Ich nehme an, das Bild ist älter? Schon. Nicht ganz siebenhundert Jahre. Santa legte den Kopf zur Seite. Also kann man davon ausgehen, dass er nicht einfach so hier zur Tür hereinkommt. Die Maestra lachte. Was ist denn mit euch los, Santa? Ihr habt seltsame Ideen. Vor dem Frühstück bin ich immer seltsam. Er gönnte dem Bild einen letzten Blick. Mögt ihr Pfannkuchen? Dafür bin ich bereit, jemanden umzubringen, verkündete sie. Sagt bloß, ihr könnt kochen. Nein, ich kann Wasser erwärmen und Pfannkuchen machen. Das ist es, aber mehr brauche ich ja auch nicht. Ihr könnt euch vorher noch ankleiden, teilte ihm die Maestra milde mit. Santa sah an sich herab und stellte fest, dass er nur die Hose seiner Uniform trug. Sicher, meinte er hastig und floh in sein Zimmer. Noch während er sich ankleidete, hörte er die Glocke vor dem Turm läuten. Er griff seinen ledernen Brustpanzer und legte ihn an. Wieder war es diese störrische Lederschnalle, die ihm Schwierigkeiten machte. Er fluchte leise, atmete aus und zog den Bauch ein. Diesmal gelang es ihm, den Riemen durch die Schnalle zu ziehen und das letzte Loch zu finden. Er warf sich seinen Umhang über, griff sein Schwert und eilte hinaus. In der Halle traf er die Maestra, die gerade die Treppe hocheilen wollte. Keine Zeit für das Frühstück, teilte sie ihm mit. Wir müssen hinunter zum Hafen, bevor noch ein Unglück geschieht. Ich kleide mich nur rasch um. Was ist denn los? fragte Santa überrascht. Sie hielt auf der Treppe kurz inne und schaute zurück. Die Seeschlangen haben Wiesel und sind der Ansicht, dass er etwas mit diesem Schiff zu tun hat. Im nächsten Moment war sie fort. Santa hörte nur noch ihre raschen Schritte auf der Treppe. Welchem Schiff? fragte Santa verblüfft. Doch nur der Mann im Bild schien ihm noch zuzuhören. Er sprang von dem Schiff kurz bevor es in den Werftkanal einfuhr, erklärte Schwert Majoren Riekin der Maestra, während sie im Quartier der Majoren warteten, dass der Gefangene gebracht wurde. Die Maestra und die Majoren saßen, während Santa rechts von der Tür stand. Es war das dennoch war es die schlanke Gestalt in tiefem Blau, die den Raum zu füllen schien. Noch auf der Treppe und noch bevor Stabsleutnant Remarck sie begrüßte und bat einen Moment zu warten, hatte sie ihre Kapuze wieder ins Gesicht gezogen und Santa war bei dem Gedanken, was sie in diesem Raum spüren könnte, etwas unbehaglich. Auch die Schwertmajorin hatte der Maestra einen langen Blick zugeworfen, bevor sie ihn mit ihren braunen Augen ansah, ein Blick, den er nur schwer hatte deuten können. Die Besatzung eines Jagdboots hat ihn aus dem Wasser gezogen. Ihr könnt doch nicht ernsthaft glauben, dass dieser Dieb ein solches Schiff gestohlen hat, um es dann in den Werftkanal zu steuern? fragte die Maestra mit einem leicht amüsierten Unterton in der Stimme, der Rikin nicht zu gefallen schien, denn ihre Augen zogen sich zusammen. Nein, aber er hatte eine junge Frau dabei, die ganz offensichtlich gefoltert worden war. Sie wurde zum Tempel der Astarte gebracht. Die gute Kunde ist, dass sie sich auf dem Weg der Besserung befindet. Wir gehen davon aus, dass dieser Mann, der im ganzen Hafen als Wiesel bekannt ist, für den Zustand der Frau verantwortlich ist, fuhr die Schwertmajorin fort. Diesmal ist er zu weit gegangen. Wie kommt ihr darauf? fragte die Maestra. Bei ihm wurde ein Dolch sichergestellt, der dieser jungen Frau gehört. Waffe, deren Verlust das Haus des Tigers schon vor drei Jahren gemeldet hat. Es wurde eine hohe Belohnung auf die Ergreifung des Täters ausgesetzt. Jetzt wissen wir, dass es dieser Dieb war, der die Waffe damals gestohlen hat. Die Schwertmajorin lehnte sich zurück und lächelte hart. Diesmal haben wir ihn. Es gibt zwei Dutzend Zeugen, die gesehen haben, wie er vom Bekommen wir ihn wegen des Dolches dran. Er hat uns lange genug gefoppt. Habt ihr den Dolch sichergestellt? fragte die Maestra. Die Majorin nickte. Ich habe ihn hier, sagte sie und wies mit ihrem Kopf auf eine Kiste unter dem Fenster. Dort findet ihr die Besitztüber des Diebs, darunter auch eine Tasche mit Diebeswerkzeugen, die beweisen, dass er mit unlauterer Absicht unterwegs war. Absichten allein stellen noch kein Verbrechen dar, meinte die Maestra mit ruhiger Stimme. Das wird Inquisitor Pertock etwas anders sehen, entgegnete Rikin. Seitdem er Wiesel einmal laufen lassen musste, ist er sehr interessiert an den Aktivitäten des Mannes. Es klopfte an der Tür. Herein, rief die Majorin, während sich die Maestra erhob. Es waren Fäfere und Sergeant Hartung, die Wiesel hereinbrachten. Beide trugen unbewegte Gesichter und hielten Wiesel fest an seinen Armen. Es war eher so, dass sie ihn hereintrugen. Selten hatte Santa so viel Metall an einem Mann gesehen. Stählerne Manschetten und schwere Ketten erlaubten es dem Dieb kaum einen einzigen Schritt zu gehen. Wiesel war bis auf einen Ländenschutz nackt und sah aus, als wäre er unter die Räder eines Frachtwagens geraten. Sein Gesicht war voller Blutergüsse, ein Auge war zugeschwollen und schillerte in allen Farben und obwohl ihm Blut aus dem Mundwinkel tropfte, schien sein schiefes Grinsen unbeeindruckt. Selbst die Schwertmajorin war überrascht von seinem Anblick. Was ist hier passiert? fragte die Maestra in einem kalten Tonfall, den Santa noch nie von ihr gehört hatte. Ich bin gefallen, Maestra, nuschelte Wiesel, bevor einer der beiden Soldaten etwas sagen konnte. Die beiden Herren hier halfen mir nur wieder auf. Er deutete mit dem Kind zu Fèvre hinüber und grinste schief. Mehrfach. So sieht es auch aus, sagte die Maestra kalt. Ihr Mund war zu einer schmalen, verärgerten Linie zusammengezogen und obwohl sie noch immer genauso still dastand wie zuvor, schien sie plötzlich geradezu bedrohlich anzuwachsen. Ich kann das alles erklären, vermeldete Wiesel und das eine Auge, das nicht zugeschwollen war, blickte von ihr zu Santa und musterte den Stabsleutnant mit überraschendem Interesse. Löst die Fesseln, befahl die Maestra. Die beiden Soldaten sahen zu Rikin hinüber, die mit unbewegter Miene nickte. Pfeffre, Hartung, sagte Santa. Es war das erste Mal, dass er überhaupt sprach, seitdem sie das Quartier der Majorin betreten hatten. Nehmt den Mann. Bringt ihn zum Feldschatter, mit der ihn sich mal ansieht. Dann helft ihm, sich zu waschen und anzukleiden. Die Kiste dort enthält seine Besitztümer. Nehmt sie mit. Achtet darauf, dass er nicht wieder hinfällt. Die beiden Soldaten schauten ihn überrascht an. Auch die Majorin hob eine Augenbraue. Dann nickte sie erneut. Tut, was der Stabsleutnant euch befohlen hat, sagte sie. Danke, verkündete die Maestra, zu wem blieb unklar. Allerdings will ich seine Waffen hier auf dem Tisch sehen. Während der Sergeant Wieselt stützte, trat Fäfra an die Kiste heran, öffnete sie und entnahm ihr drei Dolche in ihren Scheiden, die er auf den Tisch der Majorin legte. Dann klemmte er sich die Kiste unter den Arm und salutierte, bevor er dem Sergeant half, den Gefangenen wieder hinauszubringen. Wiesel hatte nichts weiter gesagt, nur sein Blick war ständig zwischen der Maestra, Santa und Rikin hin und her gesprungen. Die Majorin wartete, bis sich die Tür hinter dem Gefangenen geschlossen hatte, dann funkelte sie der Sina an. Darf ich fragen, was das bedeuten soll? fragte sie mit schneidender Stimme. Bei den Göttern, dachte Santa, nicht mehr erlebt. Das ist unser Gefangener und ihr könnt nicht einfach ... Bitte Schwert Majorin sagt die Maestra sanft. Es ist ein Irrtum. Bitte glaubt mir einfach, wenn ich euch sage, dass Wiesel der Reichsstadt gegenüber genauso loyal ist, wie ihr es seid. Erst gestern Nacht erwies er der Stadt einen großen Dienst. Ihr meint Wiesel ist fragte die Schwert Majorin fassungslos und war damit nur einen Hauch schneller als Santa. Ich sage, dass Wiesel loyal zur Reichsstadt ist, wiederholte Desina mit einem Lächeln. Die Schwert Majorin seufzte. Also gut, Maestra. Er gehört euch. Danke, sagte Desina. Sie ging hinüber zu dem Tisch der Majorin und nahm Wiesels silbernen Dolch. Sie betrachtete ihn sorgfältig, strich mit dem Daumen über die Klinge, um ihre Schärfe zu prüfen, wog sie noch einen Moment nachdenklich in ihrer Hand und legte sie wieder hin. Rikin und Santa hatten sie dabei beobachtet und sahen sie beide fragend an. Es ist nichts, sagte Desina mit einem feinen Lächeln. Es ist ein sehr ungewöhnlicher Dolch. Ich habe ihn mir an die Schwertmajorin. Eine andere Frage. Wisst ihr schon etwas darüber, wie lange es dauern wird, das Schiff zu bergen? Auf jeden Fall war es reichlich ungeschickt, es mitten im Kanal zu versenken, fügte Santa hinzu, der froh war, dass sich die Spannung zwischen den beiden Frauen etwas gelegt hatte. Wir haben es nicht versenkt, stellte die Majorin richtig. Es wurde nur dreimal von einer Balliste getroffen. Das hätte nicht gereicht, es zu versenken. Es ging von allein unter, denn es lag schon tief im Wasser, als es in den Kanal einlief. Bevor sie weitersprechen konnte, klopfte es an der Tür. Santa öffnete und Wiesel wurde hereingeführt. Dann schloss Fävere die Tür von außen und Wiesel stand da und rieb sich die wunden Handgelenke. Er sah noch immer mitgenommen Danke, meinte er. Diese Ketten sind verdammt unbequem. Er sah fast schon hilfesuchend die Maestra an und schien ein wenig irritiert davon, dass er den größten Teil ihres Gesichts nicht sehen konnte. Santa störte es nicht mehr. Mittlerweile kannte er die Maestra gut genug, um sich ihr Gesicht und den Ausdruck in ihren Augen vorzustellen. Setzt euch, sagte Desina formell und wies auf den Stuhl, auf dem sie vorhin gesessen hatte. Ich hoffe, ihr könnt Licht in die Angelegenheit bringen. Die Maestra hat mich darüber informiert, dass ihr ein Agent des Reichs seid und nur eure Pflicht getan habt, teilt die Majorin Wiesel mit. Ich bitte euren Sturz zu entschuldigen. Tatsächlich? fragte Wiesel und warf Desina einen überraschten Blick zu, der auch der Majorin nicht entging. Was habt ihr herausgefunden? fragte die Maestra knapp, als sich Wiesel gesetzt hatte. Mehr, als uns allen lieb sein kann, antwortete er und lehnte sich vorsichtig zurück, um dann schmerzhaft das Gesicht zu verziehen, als sein Rücken mit der Stuhllehne in Berührung kam. Ich befürchte, dass es meine Schuld ist, dass das Schiff dort im Kanal liegt. Also doch, rief Rücken. Wiesel hob abwehrend die Hand. Der Kapitän des Schiffs war ein Seelenreiter. Zwischen ihm und mir kam es zu einem Kampf. Ich erschlug ihn. Das führte offensichtlich dazu, dass ein vorbereiteter Plan ausgeführt wurde, allerdings etwas früher als geplant. Ein Seelenreiter? fragte Rücken fassungslos. Ja, sagte die Maestra. Ich erwähnte bereits, dass er dem Reich einen Dienst erwiesen hat. Fahrt fort. Ein Teil des Plans ist es gewesen, das Schiff genau da zu versenken, wo es jetzt liegt, fuhr Wiesel mit einem Blick auf die Majorin fort. Ich glaube nicht, dass etwa 300 Echsen das Schiff nur zufällig dorthin geschoben haben. Echsen? Bei Porun, was sagt ihr da? entfuhr es der Majorin und Santa fluchte. Wiesel rief die Maestra aufgebracht. Solche Scherze mag ich gar nicht. Es ist kein Scherz, beharrte Wiesel todernst. Und ich fange an, ihm zu glauben, sagte Rikin, was ihr einen überraschten Blick der Maestra eintrug. Sie beugte sich vor und fixierte den Dieb mit einem harten Blick. Fangt besser ganz von vorn an. Dieb Untertitelung des ZDF, 2020